Cube. 26 Räume hoch. 26 Räume breit. Also 17.576 Räume? Ihr kennt vielleicht Cube, einen fantastischen Science-Fiction-Horrorfilm, den ich sehr liebe. Und der hat eine Verbindung zu Resident Evil, genauer gesagt zu Resident Evil 4. Liebe Freunde von Würfeln und schwachsinnigen YouTube-Videos, ihr seid hier genau richtig, bei Games abonnieren gegenüber visitieren. Ihr habt auf dieses Video geklickt und das freut mich sehr und ich weiß, was ihr jetzt denkt, das ist doch garantiert wieder so ein Clickbait-Scheiß. Was hat Cube mit Resident Evil zu tun? Und ich sage, nein, das ist nicht. Oder naja, nur ein ganz kleines bisschen vielleicht. Also, ich bin kein Fan von so schwachsinnigen Fan-Theorien, die fast noch dümmer sind als die Antworten auf Fragen, die da aufgeworfen werden. Spielt Resident Evil in Wahrheit in einem riesigen Würfel? Also, sowas machen wir hier nicht. Aber es gibt tatsächlich eine Verbindung zwischen diesem Film, nämlich Cube hier, und Resident Evil 4. Ein kleines Detail. Und wenn ihr beim nächsten Mal labern über Resident Evil ein bisschen besser klug scheißen wollt, dann bleibt dran und guckt euch die nächsten paar Minuten an. Okay, macht mal die Augen zu. Nein, es kommt kein lautes Geräusch. Ich werde euch nicht erschrecken, so einen Scheiß machen wir hier nicht. Macht mal die Augen zu. Okay? Also, kennt ihr diesen Klang? Okay, ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Wenn ihr Resident Evil 4 gespielt habt, und das haben wohl die meisten von euch, dann habt ihr jetzt nicht nur Gänsehaut, sondern auch sofort ein Bild im Kopf. Ihr seid in einem sicheren Raum, einem Safe Room. Hier könnt ihr abspeichern und der Händler fragt euch, what are you buying? Diese Tonfolge signalisiert sofort, hier kann euch nichts passieren. Hier seid ihr sicher. Dieser sphärische Klang klingt unweltlich und irreal, aber auch beruhigend, wärmend. Für ein paar Minuten ist mal kurz alles gut. Es ist vielleicht das berühmteste Musikstück aus Resident Evil 4. Und jetzt wird's ein bisschen skurrier. Denn die Musik von Resi 4 wurde komponiert von Misao Senbongi und Shusaku Uchiyama. Ich bitte, die schlechte Aussprache zu entschuldigen. Und die gehören natürlich zu Capcom. Alles fein soweit. Aber dieses Ambient-Musikstück, das taucht auch in anderen Spielen auf. Zum Beispiel Monster Hunter in den Sümpfen. In Devil May Cry. Und in Silent Hill Origins. Und okay, Monster Hunter und Devil May Cry sind ja auch von Capcom. Aber wieso Silent Hill Origins? Das ist doch von Konami. Ja, das liegt daran, dass diese Tonfolge nicht von Misao Senbongi und oder Shusaku Uchiyama komponiert wurde, sondern sie ist ein Sample aus einem Track des amerikanischen Avantgarde-Gitarristen David Thorn, der sehr viel abgefahrene Musik gemacht hat. Er hat sich auf abstrakte Klanglandschaften spezialisiert, die fremdartig und surreal klingen. Aber er hat auch ein paar Film-Soundtracks geschrieben. Und dieses spezielle Stück heißt To Burple and Pine, gibt's auf YouTube. Ey, und ich hab ja keine Ahnung, wie das unter Musikern so zugeht und wie die rechte Lage da ist. Aber ich finde, also irgendwo hätte man Mr. Thorn schon erwähnen können, wenn man einen kompletten Song von ihm einfach mal so rippt und in sein eigenes Spiel packt. Der Soundtrack von Resident Evil 4 wurde in der Sammleredition in Japan mit einem Booklet veröffentlicht, in dem die Komponisten ein paar Anmerkungen zu den Tracks aufgeschrieben haben. Aber weil mein Japanisch ein bisschen eingerostet ist, habe ich keine Ahnung, ob sie sich da wenigstens für die Inspiration bedanken. So, und was hat das nun mit Cube zu tun? Ihr könnt es euch denken. To Burple and Pine kommt auch im Soundtrack von Cube vor. Auch als Sample im Stück Escape. Und das finde ich deswegen erwähnenswert, weil Cube von 1997 ist und der Komponist des Soundtracks, Mark Corwin, damit deutlich früher dran war als jeder Spielemacher. Viele Horrorfans, mich eingeschlossen, haben dieses Ding also nicht das erste Mal bewusst in Resident Evil 4 gehört, sondern in einem kleinen Low-Budget-Indie-Science-Fiction-Horrorfilm, in dem Leute aus mysteriösen Gründen in einem riesigen Würfel eingesperrt sind, der voller Todesfallen steckt. Nebenbei, wenn ihr Cube noch nicht gesehen habt, holt das nach. Ich liebe Cube. Aber das allein wäre jetzt vielleicht gar nicht so irre aufregend, wenn es da nicht ein kleines lustiges Detail geben würde, das die Geschichte so richtig schön abrundet. Jetzt ratet mal, wer den Soundtrack zum letzten Resident Evil Kinofilm Welcome to Raccoon City verfasst hat. Richtig, Mark Corwin. Und ja, ich weiß, bei den meisten von euch kam der Streifen ja eher nicht so gut an. Ich fand den okay. Das ist eine Diskussion, die brauchen wir jetzt hier nicht führen. Aber also über die Musik hat sich jetzt keiner ernsthaft beschwert. Mark Corwin ist mittlerweile ein gefragter Komponist für Horrorfilm-Soundtracks und hat unter anderem so Kracher wie The Witch und The Lighthouse vertont. Der kann was, der Mann. Also, wir fassen nochmal zusammen. Ein avantgardistischer Indie-Gitarrist, für seine experimentellen, fremdartigen Klangwelten bekannt, komponiert ein bisschen Ambient-Gewaber, ein Filmkomponist sampelt das für seinen eigenen Soundtrack, ein paar Jahre später entdecken das zwei Capcom-Musiker, packen es in den Score zu Resident Evil 4 und der Filmkomponist schreibt 16 Jahre später den Soundtrack zum letzten Resident Evil Kinofilm, arbeitet damit also quasi auch irgendwie für Capcom. Tja, kannst du mal sehen. Entweder ist die Welt wirklich klein, auch im Musikbusiness, oder Musiker klauen einfach alle wie die Raben. Ich fand's auf jeden Fall interessant. Ja, mal wieder ein etwas kürzeres Video. Ich bin da einfach echt beim Zocken von Resident Evil 4 drüber gestolpert. Ich dachte bei der Melodie, jetzt leck mich doch am... Das hast du ja schon mal gehört, das kann doch nicht sein. Ja, ich hab ein bisschen gegoogelt und nachgelesen, tatsächlich, in Cube ist es vorgekommen. Und da dachte ich, Mensch, das weiß vielleicht der ein oder andere Fan noch nicht. Und deswegen gibt's dieses Video. Mögt ihr so kleine Trivia-Details? Also ich find sowas immer total geil, bei Spielen, bei Filmen noch mehr. Ich kann mir stundenlang solche Listen irgendwie durchlesen. Ich find das einfach immer super cool. Wenn es euch ähnlich geht, dann lasst uns einen Daumen nach oben da, schreibt ein bisschen in die Kommentare. Vielleicht habt ihr noch ein paar andere kleine Easter Eggs, die die große Mehrheit gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Das ist ja immer ziemlich interessant, da so ein bisschen tiefer zu graben. Ja, das war also die Verbindung zwischen Resident Evil 4 und Cube. Danke, dass ihr euch dieses Video angeguckt habt. Heute in einer Woche kommt das nächste größere Video. Und davor, wie immer, ihr wisst es mittlerweile am Freitag, die News. Ich bin raus, ich wünsche euch ein wunderschönes Restwochenende und bis dahin.